welcome back zum neuen video heute sind wir an einem extrem geilen spot und zwar diese sektion und da unten geht es ja noch weiter ja wir bauen einen neuen downhill track jetzt fangen wir hier an schaut euch an gewaltig ja bleibt dran und ich würde sagen dann sehen wir uns im verlaufe des videos mit dabei look und wir bauen jetzt hier super natural einfach crazy so ein shoot oben einen drop ganz kaum erwarten das hier zu fahren und einfach weiter zu bauen ich werde euch dann auch noch mal die aussicht zeigen von dort oben einfach genial wie crazy ist das bitte über die steine und dann hier runter ich sag's euch das ist extrem geil look ist dran ja ganz oben geht schon mal und unten weiter das ist ja in die ruhe gefallen also unten kommt noch mal ein übelst auf camber deep section da geht es in so blau rein übelgeil und jetzt fahr ich das ganze auch nochmal und den drop dort oben müssen wir dann halt auch noch irgendwie einbauen oder bauen erstmal weil da muss man noch so einen kleinen abfug dass man da schon drauf fahren kann jetzt noch nicht möglich genau das ist erstmal plan plan für die nächsten 20 minuten ja hofflo kommt so we are on the way nach rasental talk mit dabei und dann kommt auch toni mal dazu der immer wieder was anderes hatte heute ja vielleicht wollte er sich wieder vom sprung drücken ne look und wir fahren jetzt zum hasental dann denke ich mal in 10 minuten da und dann sehen wir uns so wir sind angekommen im hasental der runnin und einer hat im letzten video kommentiert dass wir das als step up bauen sollen oder double aber ich will nur mal zeigen wenn du hier runter fährst dann kannst du dich direkt ins krankenhaus einliefern lassen ja das geht wirklich also ich könnte nicht mal runter laufen deswegen jetzt habt ihr das mal gesehen hier hinten und wir machen aber jetzt wieder eine session an der hip bis es dunkel wird das ist vielleicht nur noch eine knappe stunde und ich hoffe da kommen jetzt ein paar clips bleibt dran, lasst ein like da und denkt dran wir wollen dieses jahr noch die 1000 abonnenten knacken also abonnieren ja hofflo troppen hin ja mach toni wieder ja paar versuche sind auch mal wieder dabei seit ewigkeiten ja steep alter angst was du hast auf gerade gesehen hier wie steep das eigentlich ist ooooh oooh oaah oooo 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 ooo Yohohoho Let's go boys Yo steezy man This guy is steezy I'm skeezy We will see Ahhhh And now we'll show Florian how it's going That's how it's going Feilig No Okay Tony, I'm going to shoot here I hope you can see it Dropping in Woah Take to your shit man Woah Junge What the fuck 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 Why Now it's back to home It was a great day I hope you liked it If it's like it Then leave a like And we'll see you in the next video Think about it 1k Abonniert die Glocke To the sky Dぶ D J